So, okay, jetzt kommen wir aber zum letzten Lied. Unser letztes Stück, also alle, die nochmal tanzen wollen, jetzt ist die Gelegenheit. Das letzte, 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 allerletzte Lied von A4 Music. Das ist die letzte Chance, the last chance. Das ist die letzte Möglichkeit zum Tanzen. Alle Frauen und Männer sollten auf den Boden stampfen, ey, ich sing. Das allerletzte Lied heute Abend, deshalb sollten alle die Möglichkeit haben. Deshalb sollten alle die Möglichkeit haben. Alright, oh, das war ein fettes Konzert hier heute. Und es waren auch zahlreich die Leute hier, die alle nur gekommen sind. Nur um uns zu hören, 100 Meter gegen den Wind. Doch wir hatten heute alle mal Bock, ohne in nem Stift oder in nem Block. Euch etwas zu präsentieren, ohne dass gleich die Bullen abmarschieren. Doch es war so geil, die Leute, das sind zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, doch diese Zeit, doch sie hat irgendwas. Und Unbeständigkeit, doch es war so leid, die Tanze zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, doch diese Zeit, doch sie hat irgendwas. Und Unbeständigkeit, ey. Und sie hat etwas. Und Unbeständigkeit, diese Zeit, alright. Dankeschön. Jetzt fühl ich mich wie im Sommer. Heute Morgen auf dem Weg hierher. Wir liefen erstmal alles gründlich quer. Doch das Auto war kaputt und der M ging nicht an. Doch ein Freund, der rutschelte daran. Und plötzlich war wieder alles klar. Und der Auftritt, der war auch sehr nahe. Geht da, der war es, Kies, Posa und alles dran. Jetzt hat er Schlagzeug als Mischpol dran. Doch es war so geil, die Tanze zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, diese Zeit, aus ihr allen warst. Und Unbeständigkeit, doch es war so leid. Die Zeit, die Tanze zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, diese Zeit, aus ihr allen warst. Sie hat etwas an Unbeständigkeit, diese Zeit, ey. Die letzte Brumme war auch ziemlich geil. Sommerfreunde, schön, alles mit dabei. Und damit ist es wieder mal geschafft. Einer mehr, der von der Couch auflauft, ey. Einer mehr, der sich von der Couch auflauft, ey. All right. The last one. Ja, zweimal. Aber es war so geil, die Tanze zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, ey. Doch diese Zeit, aus ihr allen warst. Und Unbeständigkeit. Aber es war so geil, die Tanze zu sehen. Eigentlich wollen wir auch noch gar nicht gehen. Doch diese Zeit, ey. Doch diese Zeit, sie hat etwas. Und Unbeständigkeit, ey. Hey. Hey. Musik 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 Okay, wir sagen mal ganz kurz Danke, und wir brauchen erstmal einen fetten Applaus, nämlich für den Hannes dahinten, der uns gemischt hat. Und dann vielleicht noch einen Applaus an das Juhal hier und den Micha Teuer. Und noch einen richtig fetten, fetten, fetten Applaus für euch selber. Dankeschön!